So Leute, ja, ihr hättet jetzt bestimmt eigentlich Survival Games erwartet, wie es im Titel und am Thumbnail ist, aber ich habe einfach keinen Bock mehr. Nur Hacker, mein PC ist zu schlecht. Ich habe eine Aufnahme hinbekommen, wo mich ein Hacker getötet hat, den ich eigentlich hochladen möchte, nämlich mit dem Panda, äh, ne, Quatsch, nicht mehr Panda Game, der heißt jetzt JustPanda und mit dem Marple Let's Play. So, wir wurden alle drei getötet und, ja, in dem Spiel geht es einfach nur noch um Ping und ich spiele letzter Zeit sehr viel CSGO und es macht mir einfach mehr Spaß als Minecraft, weil ich kann es lagfrei spielen und sogar mein Camtasia spackt. Und es laggt einfach. Es ist so behindert. Okay, Leute, da wollte ich noch sagen, dass ihr mich von mir aus auf Steam adden könnt. Da heiße ich, ähm, JustZane. Äh, äh, ich kann mir mal den Namen in die Beschreibung packen. Und, äh, dann habe ich auch jetzt Twitter und zwar, ähm, packe ich da den Namen auch mal in die Beschreibung. Könnte mich ja adden, da heißt zwar noch Zane-Krafta, aber... Yes, ich weiß nicht, Krafta. Auf jeden Fall, ähm, ja, könnt ihr mich da adden und ich werde in Twitter aktiv sein und dann würde ich noch fragen, ob ihr, äh, CSGO vielleicht mal sehen wollt, weil es macht mir einfach mehr Spaß. Ja, und das war's jetzt eigentlich. Ich verlinke den JustPanda und den Marple Let's Play trotzdem in der Beschreibung, weil ich eigentlich mit den aufnehmen wollte. Und, ja, könnt ihr mal sagen, wie ihr die in meinem Thumbnaest findet. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.